Hi Leute! Manchmal ist es schön zu wissen, wie ein bestimmtes Öl in Seife sich anfühlt. Avocadoöl ist berühmt als ein gutes Öl für trockene Haut. Ich möchte herausfinden, wie eine Seife nur mit Avocadoöl gelingt. Deswegen, und weil ich sehr viel Avocadoöl gekauft habe, stelle ich eine Avocado-Seife her. Ich möchte die Seife so natural wie möglich, dass ich kein Diftöl benutze und nur Spürelle-Pulver als Farbe benutze. Schauen wir, wie sie sich herausstellt. KIKA-DUCHEN 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.